So, jetzt sind wir bei der Karte Hospital. Ich mache gerade mal einen Wettkampf. Ich nehme jetzt mal das, was ich habe. Ich bin der Prophet, ich bin der Doktor. Lass mich durch. Einfach mal auf ein paar Runden, denke ich mal. Was nehmen wir denn rein? Ist doch eigentlich egal. Einfach, dass ich wieder ins Spiel reinkomme, dass ich mir bloß noch was zeige. Und zwischendurch. Schauwärme. Gräne aus. Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe! Kann man die vielleicht umgehen? Kommen die von hier irgendwo? Ja Boah, ich geh mal ne Runde kacken, du Nein, leider keine Zeit Hm, dafür ist es doch Bisschen groß hier Swat Wo seid ihr? Hab ich mich zu viel rumgetrieben Ich geh mal durch Unentschieden, hm Ja Immer nochmal dasselbe, ne Grab your gear, let's go Gute Bisschen großartig Bisschen großartig Bisschen großartig Okay, ein Kollege noch. Jo, ich spiele Fußball. Wir haben schon gewonnen. Ich gehe mal eine Runde duschen. Kann man sich benutzen? Ach, ist doch egal. Pass auf. Wie ist der Prophet? Ich bin heilig. Also die Map gefällt mir schon. Bisschen zu verwinkelt. Vielleicht zu groß. Die andere Ebene. Habe ich eben auch aufgenommen. Die Schule, die war mir ein bisschen zu klein. Ich bin zu einschönlich eigentlich. Jo. Ich sollte auch mal vielleicht auf die Map gucken. Das könnte nicht schaden. Verbleibende Runden 28. Aber die machen wir natürlich jetzt nicht alle. Noch 15 Runden wäre ein Wechsel. Aber das wäre zu viel mit diesen Bots. Mit diesen einfachen Bots. Obwohl, ich bin jetzt schon mal gestorben. So einfach kann es ja nicht sein. Aber ich glaube, ich bin eher auf dieser Übung. Aber nur damit man einen kleinen Einblick kriegt. Und bevor es soll ja das zählige Let's Play sein. Aber vielleicht, dass ab und zu auch mal was anderes kommt. Und den Bots ist natürlich auch nicht spektakulär. Aber da wird schon noch einiges kommen, denke ich mal. Was ein bisschen spannender ist. Ich mag Schrot finden. Wenn ich es mir aussuchen kann, bin ich eher an den Gegner dran, als wenn ich vom Verhalten schieße. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh. Hilfe. Wenn man sich nicht allzu doof anstellt, ist es eigentlich easy peasy, du oder so. Richtig. Okay. Okay. Ja, ist eigentlich einfach. Die Bots sind auch nicht so schlau, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein bisschen schade. Und über 200 FPS. Ist auch ganz gut. Mit alten Rechner habe ich das hauptsächlich gespielt. Da konnte ich froh sein, wenn ich mal auf 20 FPS komme. Und das ist natürlich echt kritisch. Jetzt könnte ich das spielen 10 mal starten wahrscheinlich. Das war nicht so schlau. Peinlich, bei so einem schwachen Gip überhaupt zu sterben, aber naja. Ich mag eigentlich die Waffe. Ah, pass auf. Wir sind klar. Hm. Jetzt eine Dose. Sniper. Sniper. Ah ja, hier. Ob das hier so viel bringt. Das sieht schön aus. Ich mag ja sonst nicht so Krankenhäuser. Also in echtem Leben mag ich Krankenhäuser überhaupt nicht. Auch der Geruch und so. Also in echtem Leben mag ich auch nicht so gut. Ich habe das auch. Ich habe das auch. Ja, die Grafik ist natürlich nicht mehr auf der allerneuesten Stand. Ich weiß gar nicht, wann das Spiel rauskam. 2012? Ich denke mal, über zweieinhalb Jahre wird das Spiel schon alt sein. Das merkt man auch ein bisschen. Dennoch sieht es manchmal nicht so schlecht aus. Ich denke mal, eine Runde machen wir noch und dann lasst es auch gut sein. Also es dient ja hauptsächlich nur um eine Vorstellung. Ich kann ja mal ein paar Vorstellungsdienungen machen. Der Prophet Kevin ja auch mal bei den Arma 3 Helikopters DLC gemacht, auch sehr gut war. Kann ich nur empfehlen, wer es noch nicht gesehen hat. Das war's. Beobachtung. Beobachtung. Wir haben drei Flasche. Wir haben zwei Flasche. Oh, zwei Energie, muss ich noch ein bisschen zurückhalten. Ihr macht das schon los, Leute. Ach, kriegen wir das nicht hin? Kriegen wir das nicht gewagt? Muss uns echt der Weg kommen. Ja, muss er. Okay, na gut, wir sehen uns bei der nächsten Karte. In der nächsten Folge oder wie auch immer. Bis dahin.